Denn wir reden hier von der AfD, liebe Leute. Kann es auch anders sein. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Also was ich gerade sagte, ist kein Scherz und es ist auch kein Propagandamittel meinerseits. Ich finde es einfach nur selten dämlich, dass es diese Partei gibt. Ich finde es schon selten dämlich, dass es überhaupt gewählt wurde. Und ich finde es schon krass, dass wir in Deutschland so viele Nazis haben. Ich frage mich immer, wo die die ganzen Jahre waren. Ob sie die ganze Zeit in ihrem Bunker waren und gewartet haben, bis die Atombomben gefallen sind. Jetzt ist der Punkt gekommen, die AfD hat ihr Programm geleakt. Beziehungsweise es wurde geleakt. Also ich glaube nicht, dass die tatsächlich selber vorhatten, sonst hätten es selber auch schon rausgebracht, auf offiziellem Wege. Es hat ja erst mal so die Runde gemacht. Ja stimmt, die haben ja keinen Internetbeauftragten, der das lieben könnte. Die haben auch gar kein Internet, habe ich gehört. Die machen ja alles noch, alles was nach 1900 kam, ist auch falsch. Es wird sich nichts geändert hier. Es bleibt alles so, wie es ist. So wie du sagst, ich habe hier gerade mal das Programm geöffnet von der AfD. Und ich lese jetzt wirklich vor, wortwörtlich. Nämlich hinten ist ein Register, ein Inhaltsverzeichnis, was sagt zum Beispiel ein Hauptschlagwort und dann kleine Nebenwörter dazu. Nehmen wir mal Punkt 7, Staatshaushalt. Dann kommen die Punkte wie Schulden abbauen, nicht nur relativ, auch absolut. Nicht direkt. Aber der nächste Punkt, 8, ist der, wo Benni und ich schon wieder lachen müssen. Und Leute, das müsst ihr hören, das ist einfach nur geil. Das Schlagwort ist Bargeld und die zusätzlichen Wörter sind nicht abschaffen. Niemals! Niemals! Nein, 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 nein. Das bleibt genauso, wie es ist. Man hat automatisch dieses Bild von Arnold Hitler aus den Glorious Bastards auf den Tisch schlägt und sagt, nein, 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 nein. Wahnsinn, liebe AfD. Total toll, was ihr da vorhabt. Genauso war das ja auch mit dieser Energie. Na, was sage ich dir jetzt? Die Energiewende? Ja, also, jetzt komme ich gerade selber nicht mehr, aber jetzt bin ich gerade völlig auf dem Trichter. Ich muss immer noch darüber nachdenken. Nie, 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 nie. Alternative Energien. Ja. Ja. Die wollen sie ja nicht haben. Nee. Weil. Das hat doch bestimmt einen Grund. Ja. Den haben die bestimmt auch Wissenschaft nicht nachweisen können, warum das Quatsch ist. Naja, das ist ja einfach das Ding. Also, alternative Energien wie Wind und Wasser, das ist ja immer entweder null oder volle Energie. Also volle Power. Und das geht ja nicht. Nee. Das kann ja nicht angehen. Das ist ja Schwachsinn für die AfD. Verstehen die nicht den Hintergrund von einem Sonnenauf- und Sonnenuntergang? Nee, das geht nicht. Oder Gezeiten, Wind, liebe AfD, bitte nochmal Bio-Unterricht. Ja. Die wollen ja auch so, das ist ja wieder hier niemals. Nein. Nein, 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 niemals. Das muss von 0 auf 100 da sein, komplett. Es darf nicht einmal dazwischen irgendwie schwanken. Nein, Energie ist da. Und deswegen sind sie wahrscheinlich auch pro Atomkraft. Ja, das ist Wahnsinn. Also, keine Ahnung, selbst die Hardcore-Atomkraft, jünger möchte ich sie fast nennen, die nach allen, nach, wie heißt es hier, nicht Fukushima, was war davor, Chernobyl, ne? Ja, Chernobyl. Nach Chernobyl. Selbst da auch noch irgendwie der Meinung waren so, ja, nee, wir brauchen, weiß ich, Schafe mit fünf Köpfen, was so alles da im Umfeld dieser Katastrophe abging in den Jahren danach und, ja, keine Ahnung, selbst die Leute sind nach Fukushima auf den Trichter gekommen und haben endlich herausgefunden, dass es vielleicht doch nicht so gut ist und dass wir immer ein Restrisiko haben und dass wir, eigentlich ist ja alles da, was wir für Energie brauchen. Ja, natürlich. Und, und, ähm, selbst die Leute haben es schon geschnallt, die AfD immer noch nicht. Für, für die AfD ist wahrscheinlich die Atomkraft noch ein neuer Hut, ne? Das ist nur was ganz, was ganz Schönes. Ja, natürlich. Ich meine, rückständig, wie sie sind. Die haben ja jetzt gerade erst Atomkraft entdeckt. Ja. Das muss man dazu sagen, weil sonst würdest du nicht sagen, zwischen Null und volle Kanne. Das ist nur was ganz Neues für die und das finde ich noch geil. Ja. Auf jeden Fall. Aber übrigens auch, es wurden ja auch andere Punkte noch geleakt und wenn man die so zusammenfasst, deswegen habe ich das eben auch mit Merzvater gesagt, ähm, tatsächlich ist es so, dass Leute, die schwer erziehbar sind oder ziemlich, ähm, wo man merkt, äh, so eine Erziehung bringt bei denen nichts mehr. Ja, die sind psychisch krank, die sind höchst aggressiv, dazu zähle ich Merzvater, weil die Reaktion geht gar nicht. Oder aber man hat, ähm, Alkoholiker, die man natürlich auf dieselbe Stufe stellen muss wie Leute, die psychisch krank sind, die kommen in ein Lager. Die kommen in ein Lager, ähm, nicht irgendwie zur Behandlung, sondern... Was für ein Lager denn? Ein Ferienlager? Bestimmt nicht. Ne, äh, das wurde jetzt einmal als Lager betitelt. Du kannst dir schon vorstellen, was damals für Lager existierten und, ähm, wenn ich mir so die AfD angucke, ja, die wollen bestimmt wieder diese Lager haben, nur da haben sie ein Problem. Denn die Leute, die die gewählt haben, sind ja meistens so Richtung Osten. Und der Osten besteht zum 90%, das ist eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, ihr könnt mich eines Besseren belehren, aus Alkoholikern. So, ich hab da Quellen, ich kann nachfragen, ich kann das so euch zeigen, das stimmt, tatsächlich. Da wird sehr viel Alkohol konsumiert und demnach kämen die ja alle in ein Lager. Außerdem war ja auch ein Problem mit den Arbeitslosen, was die da hatten und das sind ja auch die, die die gewählt haben. Das heißt, im Endeffekt tun die nicht zu ihre Wähler. Das ist ja Schweinerei. Das ist, äh, woran liegt das? Ich meine, haben die AfD-Wähler sich das Programm irgendwie, klar, das war zu dem Zeitpunkt der Wahl noch nicht raus, ist ja jetzt gerade erst geleakt worden, aber wie kann man denn eine Partei wählen, wenn man sich damit gar nicht auseinandergesetzt hat? Also die Leute, die die Stammwählerschaft der AfD, wenn man sie so betiteln möchte, die, die bei Umfragen auch offen zugeben, die AfD zu wählen, ist eigentlich genau die Leute, die unter der AfD am meisten zu leiden haben. Ja gut, wahrscheinlich, das ist ein Trick der Manipulation, stand auf dem Wahlplakat, du darfst nichts anderes wählen. Niemals! Nie! Niemals! Nein, nein, nein! Mach das nicht! Ja, genau. Und dadurch haben sie die gewählt. Ich kann es mir nicht erklären. Ich finde, das ist eine Absurdität. Ich finde es absurd, dass es heutzutage noch machbar ist, dass es passiert ist, dass die in Hessen und in Sachsen-Anhalt da so viele Stimmen gekriegt haben. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht erklären. Aber du meintest ja auch irgendwie, das ist jetzt deine Verschwörungstheorie, dass das Ganze so ein bisschen so eine Monty-Python-Nummer ist. Das könnte der Postilior sein. Also, das war natürlich so ein bisschen rumgeschwind, aber das ist natürlich eigentlich, wie krass wäre es denn, wenn einfach die AfD einfach nur eine riesengroße, ja, satirische Nummer ist. Wenn die einfach nur sagen so, jetzt irgendwie am Ersten, ne, den nächsten Ersten sagen einfach April, April, wir sind gar keine Partei, wir haben euch einfach nur alle verarscht, so richtig Postilion-mäßig und einfach nur sagen so und dann irgendwie jeden Tag, ja, die Kommentare im Internet von AfD-Sympathisanten und AfD-Gegnern einfach nur alle vorführen und sagen, wie dumm seid ihr Leute eigentlich? Ihr habt alle zu den Scheiß geglaubt. Ihr habt gesehen, wie dumm wir sind und was schon für eine Kacke machen. Ja, wie kommt ihr auf die Trichter? Fände ich geil. Ich fände es geil. Fände ich richtig geil. Wenn die USA noch hinterher zieht mit Trump, weißt du? Wenn Trump auch noch sagt so, ach, ich habe nur Scheiß gelabert, ich habe einfach gar keinen Bock auf Präsident sein und, ja, wie schön wäre das. Oh Mann, wenn ihr Interesse habt, wir werden natürlich das ganze Programm natürlich teilen. Wir bleiben dran, ja. Wir werden den Link auch zur Verfügung stellen, damit auch ihr was zu lachen habt und wir haben uns auch demnächst auch vorgenommen, hier so eine kleine Wir-Zitieren-aus-da-AfD-Runde zu machen, denn es lohnt sich einfach. Ihr merkt ja, Benni und ich haben ja schon Spaß innerhalb von den ersten drei Sätzen, die wir einfach überflogen haben. Hammer. Und da ist noch ganz, ganz viel mehr drin. Ja, das sind 72 Seiten, da habe ich definitiv noch heute Abend was zu lesen. Ist besser als lernen.